Wir schaffen das Und wenn es das Letzte ist, was ich heute tue Wir schaffen das Leute So süß Äh, hi Hast du zufälligermaßen mal Ich kann nicht in nem Zelt schlafen Warum nicht? Es ist wahrscheinlich schon jemand drin, ne? Och, Menno, ich will da schlafen drin Ach, oder ich kann es nicht, weil es noch hell ist Oh, da ist ein Oh, no Lass mich schlafen, lass mich schlafen, bitte lass mich schlafen Lass mich schlafen, bitte Bitte lass mich schlafen Nevermind Also, äh, Zelt ist nicht Wir wandern weiter Da drüben könnte man theoretisch auch nochmal Da sind auch noch ein paar Vampirjäger Da drüben geht's echt tief runter Wie scheiße Zumindest geht's tief ins Erdinnere Das ist ein richtiges fieses Loch Ich glaube mich zu erinnern, dass ich tatsächlich schon mal Ein Vampirdorf irgendwo in der Wüste entdeckt hab Oh, Entschuldigung, wäre ich beinahe auf dich draufgetreten Oh, sind die süß Die sind so süß Ich hab leider nichts für dich Ich hab so Knochen Die fress sie bestimmt nicht Oh, knuffig Ich wollt grad sagen, da ist ein Waystone Aber nein, das ist ein Creeper Oh, das ist einer von denen Von den Knochencreepern Die sehen richtig unheimlich aus Da sind mir die Bambuscreeper wirklich wesentlich lieber Explodieren wenigstens nicht Hallo Kann ich bei euch Zuflucht finden? Oder bei dir? Du scheinst ein Einzelner zu sein Das wird mies Das wird richtig, richtig mies Oh, zum Glück hat er mich nicht runtergeschossen Kein Otfall, es ist ein Notfall Ich muss nach Hause Ich komm nicht nach Hilfe? Au Ich will nur noch Oh, ich kann nicht nach Schnell, 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 schnell Und jetzt Temp Temp müsste meiner sein Weil Das, das, das Nee Nee, 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 nee Nee, 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 nee Glambe hat gesagt Nicht noch mehr sterben Einmal mehr sterben Okay Aber nicht dreimal mehr sterben Okay Und ich hol kurz was zu essen Ich hab kein Essen dabei Was dumm war Komm, wir gönnen uns ein paar Barbecue-Spieße Oder? Notfall und Hilfe Aber Hilfe ist definitiv von mir gewesen Das weiß ich Aber warum? Das kann jetzt ein bisschen dauern Ich hab keine Spitzhacke dabei Ich hoffe, ich mach den nicht kaputt Oh, Gott sei Dank Ich hab ihn noch Bisschen zu früh für Weihnachten Entschuldigung Na Musik Was ist los? Einen Moment ganz kurz Jo So Sorry Wo sind wir? Ah, hier sind wir Okay Gut, dann haben wir es nicht mehr Aua Nicht mehr weit Und haben's geschafft Ich kann mein Grab förmlich riechen Was kein gutes Zeichen ist Das heißt, meine Leiche ist am Gammeln Ähm Au Und wenn ich nicht aufpasse Sterbe ich auf dem Weg dorthin doch nochmal Au Oh Den Dirt Tower, den kenn ich doch Hallo Wurf Ich weiß, es ist ein Coyote Aber ich nehm trotzdem Wurf Krieg ich meine Level wieder? Wenigstens ein paar davon? Jo Krieg ich Vier Level Das waren auch mal mehr Und der eine Ring entzieht sich unserer Macht Okay Äh, okay Ich habe gesagt, ne Wenn's soweit ist Dann, äh Erhebe ich mein Glas Und wir trinken nur Einen rum Eine Runde saufen Yay Ähm La 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 Kommt einem irgendwie bekannt vor, oder? Oh, ist heute nicht schon mal gemacht? Ich weiß ja nicht Eine Sache finde ich interessant Ich weiß nicht Geht euch das auch so? Wenn, äh, ihr Hier bei Minecraft zum Beispiel Keine Ahnung Die ganze Zeit so am Hopsen seid und so Zucken eure Beine da auch immer gleich mit? So von wegen Hops, hops, hops Das war so praktisch Dass die Beine versuchen Irgendwie mitzumachen Ist ganz merkwürdig Ah Da sind wir schon Der Besen ist da Gut Ich wollte nämlich eigentlich Ursprünglich vorhin hier Eine kleine Plattform machen Damit ich auf der landen kann Damit ich diesen blöden Besen einstecken kann Oh So Gut Wir haben alles Wir können wieder Und das da unten ist ein Spinnen-Dungeon Wer hat Bock? Okay, warte Ich glaube ein bisschen Die können wir eigentlich Komplett wegwerfen Die brauchen wir ja nicht mehr Na Hält die Schaufel noch durch? Oder nicht? Sag mal, wie graben wir eigentlich? Ja, wir verteilen ja die Erde Wirklich in einem Umkreis Von fünf Kilometern Oh, den letzten Ist ich kaputt gegangen Was? Okay Wir haben unsere Besen wieder Alle beide Ihr werdet zum Kern verdonnert Ist doch nicht wahr Haben wir? Haben wir nicht Wir haben wahrscheinlich nichts Womit man irgendwie mal eben Eine gute Schaufel herstellen kann Ne Nicht wirklich Was denn? Gut Hab ich mir gedacht Will ich da rein? Ich glaub nicht Aber die Steine Sehen im Wasser Sehr interessant aus Ha Liegen wir weiter? Wenn ja, wohin? Ah, bap, bap, bap Okay Besen Ich versuch diesmal Wir müssen ja üben Wir müssen üben Wee Wow Zerbch Zerbch Nicht immer ist da was Spannendes drin. Ganz kurz. Merkt euch, wo wir den Besen geparkt haben, okay? Ich muss kurz was gucken. Dark Iron Block? But why? Ist hier noch irgendwas? Nee, sieht nicht so aus. Das war's. Ich mein, ich nehm's. Das auch. Und das ebenso. Da ist noch einer. Noch ein Dungeon. Aber Dark Iron Block finde ich gut. Weil das herzustellen kostet echt ne Menge Eisen. Und äh. Es ist cool, wenn man das selber machen kann. Also wenn man das einfach mal so findet. So, weiter geht's. Also. Was ist das? Man sollte. Ah, ne. Eisenbrunn. Okay. Man sollte echt nicht allzu hoch fliegen, ne? Diese Brücken finde ich übrigens voll cool, ne? Die sind auch aus einer Mod. Und die generieren hier einfach mal random. Hier ist ein bisschen Dschungel. Und ich wollte da runter, weil da ist noch ein Zweigräber. Ah! Könnte man sich ein Level rausholen? Theoretisch. Ist da was drin? Ne? Ne, die sind einfach nur so. Okay. Wait. Die brauche ich. Die Laternen brauche ich dringend. Ganz, ganz dringend. Alles was blaues Licht macht. Kerze? Buch der Bindung. Ne. Buch der Bindung ist doof. Kannst du behalten. Okay. Weiter geht's. Einfach mal. Einfach mal rum. Ein bisschen rumfliegen. Ich muss mich dran gewöhnen, wie schnell das hier so schnell ist. Oh Gott. Da ist ein Dorf. Da ist ein Pilzding. Hier haben wir noch ein Grab. Ist erstaunlich, wo hier über Leute gestorben sind, ne? Leder. Nehmen wir mal mit. Man weiß ja nie, wozu man es braucht. Ein paar Schädel. Essen haben wir auch ein bisschen. Das ist gut. Bei Leder weiß ich gerade nicht, ob wir das wirklich brauchen. Aber lieber haben, als brauchen, ne? Sagt man ja immer so schön. So. Dann, äh, gib mir den jetzt, gib mir den jetzt und den da. Und den da. Wo kommt die Flasche her? Und wehe, irgendjemand kommt mir damit vom Wegen, ja, die Flasche, die fliegt den Besen gerade. Ich gebe es ja zu. Bin ich gut. Ich habe auch ehrlich gesagt, keine Ahnung, wo ich eigentlich gerade hinfliege. Ich fliege einfach random. Und guck mal, was die Welt noch so breit hält. Kühe und Kürbisse. Okay. Was ist das? Ah, zu hoher. Zu schnell, zu schnell. Da ist eine Katze. Besen, was tust du? Du sollst landen. Okay. Haben wir? Äh. Scheint eine sehr fröhliche Dame zu sein, die hier wohnt. Moment, Moment. Au. Oh, sie hat ihre Kerzen gar nicht angemacht. Hallo? Ich glaube, ich weiß, woher ich meine Kräutersachen hatte, wa? Belladonna? Uh. Au. Ups. Hatte ich das schon? Also auch sie hat hier... Ah, ich glaube, ich war so... Yellow Dog Bush? Sage? Michael Bush? Ähm. Kann das sein, dass ich so ein Ding mal ausgeraubt habe? Hatte ich das Ding schon? Weiß ich nämlich gerade nicht. Wir nehmen das mal mit. Ich glaube, die... sind auch okay. Mir tut es ein bisschen um die Katze leid. Wir haben keine... Wir haben keinen... Keinen... Keinen Fisch dabei. Ich glaube, ich habe das versehentlich da... abgemacht. Ups. Ich weiß, es ist nicht gerade fair, ne? Dass man einer anderen Hexe einfach ihre Sachen klaut. Wir können ja mal gucken, ob wir noch ein bisschen... äh... ein paar Fische finden für die Katze. Die Frage ist, wie kriegen wir die nach Hause? Ich habe mal kap gar keine Leine dabei. Ups. Oh, da ist noch eine. Gib mir. Da sind Fische. Aber das sind nur Aale, wa? Da sind keine echten... Keine normalen Fische. Ja, boah. Ah. 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 Sind das nur diese Aale? Ist ja schlimm. Au. Kommt mir mal nicht zu nah hier, ne? Das mag ich nicht. Was sind echt nur... Diese blöden... Fleischfressenden Biester. Waren das alle? Nicht ganz. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Da... oh. Noch einer. Oh, noch einer. Ich dürfte jetzt eigentlich nicht ertrinken, weil ich habe jetzt mein Zeug. Okay. Aber keine echten Fische. Hm. Ich habe eine Idee. Einen Moment. Wir kriegen die Katze. Ich muss nur mal eben ganz kurz... Dem da mal den Intern versohlen. Huch. Silver Bracelet. Okay. Äh. Katze. Ist nur temporär. Im Moment haben wir auch genug Level. Das ist ja schon mal gut. Hab ich Fische? Habe ich rohe Fische? Ich habe rohen Lachs? Ist das alles? Thunfisch und dann Chobi? Die hilft uns aber gerade nicht weiter. Ich brauche mehr davon. Ich weiß nicht, ob wir welche so mit dem Schwert gefangen kriegen. Das war saudumm von mir. Oh. Lachs. Und Rogen. Hm. Rose. Oh. Haben wir noch mehr davon? Ich hätte gern mehr davon. Was da drüben sieht gut aus. Bei dem Zombie. Was sieht mir da ein Lachs aus? Hallo. Meier. Gebt mir den Lachs. Oh. Man sollte das vielleicht auch einsammeln, was man jagt, ne? So. Wie viel haben wir? Acht Stück. Ich hoffe, die rote Katze ist nicht allzu gierig. Da ist noch mehr Lachs. Wir brauchen mehr Lachs. Komm. Alles, was wir an rohen Fisch kriegen können, nehmen wir. So. Und so. Und. Da stimmt noch einer. Den habe ich übersehen. Wow. Und ja, die zerfleischen sich teilweise auch gegenseitig. Habe ich den Fisch jetzt eingefangen? Ich hoffe. So. Hoffen wir mal, dass das reicht. Ich kann mal was spüren sehen. Ne. Gut. Wir haben Fisch. Wir haben Fisch für eine rote Katze. Und wenn ich schon mal hier bin, kann ich die Leinen auch gleich mitnehmen, weil nur dann können wir sie auch mitnehmen. Ich weiß noch nicht, was ich mit so vielen Katzen machen soll. Vielleicht den Spawn ein bisschen sicherer machen, dass wir ein paar dort einfach hinsetzen. Sorry, Miezes. Ihr kriegt gleich noch Besuch. Äh. Animal Stuff. Da. Ich brauche nur eine. Danke. Nee. Pads. Auch. Klar. Da. Da ist das Wiggly Zeug. So. Das ist das Ding. Oh. Oh. Schnelligkeit und Sprunghafen. Müsste man sich ja eigentlich glatt, äh. Müsste man sich ja eigentlich glatt gönnen. Okay. Das packen wir mal wieder weg. Das packen wir weg. Wir brauchen noch den Rogen. Da muss ich mal gucken, was wir damit machen können. Sushi, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. So, wir haben die Leine. Wir haben den Fisch. Wir holen uns die Katze. Wo ist sie? Oh mein Gott! Das ist so einer von den sprechenden Bäumen. Wait, are you the one who locked my cousin? What? How are you a couple of such evil, had nonsense? Okay, das geht ein bisschen schnell teilweise. Aber guck mal. Hier. Did somebody say something? Mhm. Und wenn man versucht, ihn zu hauen, pustet er ihn weg. Es ist so großartig. So, wo war die Katze? Entschuldigung. Jetzt redet er nicht mit mir. Oh. So, Katze. Katze? Kitty Cat? Du hast nicht die Katze getötet, oder? Ich hoffe sehr, dass die Katze noch lebt. Gut, aber noch. Was bist du? Du bist wahrscheinlich was, was ich schon hab. Zucchini. Die hab ich schon. Katzi. Oh, der Kitty. What's new Pussycat? Wow, wow, wow. What's new Pussycat? Wow, 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 wow. Guck mal, ich hab'n lecker Fisch für dich. Wo ist er denn? Kitty? Ich bin denn immer meine Mutti? Sie kommt. Nein! Die sind immer so scheu, die Roten. Oh. Jetzt lass dich doch füttern, ich hab'n lecker frischen Fisch für dich. Extra frisch gefangen aus dem... Ich will doch, dass sie schief sind, Mann. Ich will doch, dass sie schief sind, Mann. Was ist das? Die ist sehr krass scheu. Holy shit. Hallo? Okay, jetzt langs. Ich werd' dich zwangswüttern. Komm her. Ich hab dich fast. Komm schon. Komm schon. Es ist lecker frischer Fisch. Oh, ich hab ihn. Ich hab sie. Ich hab sie. Ich hab die Katze. Hallo? Was ist das? Mandrake? Magwirt. Hört ihr das? Die schnurrt. Die hat mir grad ins Ohr geschnurrt. Dankeschön, dankeschön. Was bist du? Belladonna. Ich glaub, wir müssen hier öfter mal in den Sumpf. Uppala, hi. Oh, hi. Okay, den bringen wir erstmal nach Hause. Oder sie. Ja, na, komm mit. Bist ein ganz schöner Pain in the Butt, muss man schon sagen, ne? Das Problem ist ja nun mal, ne? Die Besitzerin ist verstorben. Keiner weiß warum. Und irgendwer muss sich um die Katze kümmern. So, Mietz, komm mal her. Wo bist du denn? Kitty, kitty? Kitty, kitty? Ja. So. Weil das mit dem nach Hause bringen, funktioniert nur so. Schön, dass der Relic Staircase immer noch dicht genug dran ist. So, von hier kommen wir jetzt nämlich nach Hause. Dachte ich. Was? Ich brauch ein Level dafür? Ich brauch mal kurz kurz irgendwo einen Pfosten, wo ich den mal kurz anleihen kann. Ich brauch mal kurz ein paar Level. Äh. Vielleicht drinnen irgendwo? Trick or treat. Oh, das ist noch vom letzten Jahr. Ich sehe hier keine Zäune. Schade. Ah. Komm raus. Komm raus. Komm raus, 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 raus. Wo immer du bist. Hast du hier mal eben einen Zaun? Nee. Hat. Nee, hat er nicht. Oben vielleicht? Komm mal mit. Katze denn alleine. Das ist ja auch irgendwie eine Zumutung. Nee, hier oben ist auch nichts. Wo kriege ich denn jetzt ein Level her? Dang it. Nee, das darf ich nicht machen. Schon immer? Schon immer was? Was? Nee, das darf ich nicht machen. 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 Nee, das darf ich nicht machen.